Los geht's. Warte. Resetten. Nein, nein, nein. Warte. Fertig? Jetzt bin ich fertig. Jo. Okay. Los geht's. So schlecht. Ja, meinst du dahinter? Sparen wir auch schon 2 Sekunden Zeit oder so. Jetzt sind wir sofort in die Position. Ja, der kommt recht zu hoch, ha? Die haben schon Auge. Willst du neu starten? Nein, nein, alles gut. Wir haben schon schon A-Fat-Clan. Schon mal aus wie ein A-Fat-Clan durch Video's. Zwei gelbe. Ein roter. Gelb roll. Da. oh Hauptsache der Sniper da hinten läuft weg, jetzt holt er erstmal eine Drohne raus und warte noch ganz kurz, sind wir noch nicht Outfight gewesen aber noch keine Rüstung, hervorragend Ihr steht gleich wieder weg Das stimmt Ich kann schon auch reingricht das Ding reinhauen, dann gibt es so ein wenig Zeit Okay, habt ihr theoretisch, mussten kommen gleich Jo, mach Warte, geht noch nicht Nein, ist gut Mach mal an, auch eine Milite Okay, guck da Fuck, ey Ich hab jetzt nur die Dicken geblendet Rapperdream Die Hives auf mich, da ist einer vor mir und die Hives geht auf mich War ich auf? Ja Ja Naja, ein bisschen dahinter war fast schon Wo geht es da? Ich kann jetzt mal mit Drohnen raus Beide rechts Ich hab da auch was geschafft Guck mal, ob man warten muss bis die Hunde explodieren das ist wenn sie ja willkommen auch nicht auf dem pick und weiter links oder rechts alles gut ist schon bei gut durchs feuer das mal ohne feierfläger auskommen ich weiß schon ein time noch dann heißt das war immer mal ein timer da nee habe ich nicht gemacht warum sind hier schon so aggro alter what the fuck echt ich habe die box nicht erwischt ein bloß besitzer krieg nichts von durch Digger hat einen Digger. Die gehen ganz schön steil gerade, irgendwie, ne, kann das sein? Ja. Ja, können Polizen sonst noch. Ja. Ich mach den pinken hin. Ja. Ja. Ja, wow, what the fuck is der in? Ja. 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 Ich muss hier vorne hin, sonst komm ich nicht an den Hund ran mit MMP. Mhm. Ja. Ja. kommt noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht jetzt sind beide geblendet nur halben der mensch oder 1 auch sein der stadt so blöd hinter der säule ich konnte nicht komplett treffen das ist ganz kurz das war die sweet rams gemacht hat der praktisch der pinke der hochkam die old habe ich auch von der street rams ich habe nur einmal drauf dann macht das die frage werden cool ist jetzt schon wieder weg bei mir sind nicht gespawnt okay what the fack das ich habe keine wenn die städte sterbe ich immer alles gut äh rechts kommen sie ja kein Volt, sondern ihr wollt ich weiß nicht ob das gerade gut war das war schnell ja das war echt schnell ja ich meine für einen Volt hab ich dann keinen boosty ach du scheiß mhm morgen gehen wir einen Schritt zurück stehe ich dazwischen, ich kann nichts machen stehe ich hoch da, Feuer ach scheiße kein EMP ok zwei Sekunden ja der linke hat noch einen das tut gold auf und ähm ja ja ich hab den Boss los oh ey diese Tür ey ich glaub immer das ganz kleine Stück sind zu früh los dann stehst du rechts neben der Tür das ist voll bescheuert ja der nader da hinten hin da hinten hin ja 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 das war zu früh und ich glaube ich habe den ganzen tag ganze ecke da vorne voll gepflastert mit feuer ja war wir kommen ja 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 Was? Oh nein, kein, kein, kein. Ich hätte mir auch auf ihn. Bei Bossack ging man einige schneller, ja. Da wäre keiner ausgepüxtisch. 15, 17, ja. 15, 17. Weiß. Geht noch, geht noch. Oh, Marvin, 4 Prozent. Sehr cool. Ne, aber sollten wir eigentlich noch die 15 in den Mannschaften noch? Das ist komisch, die Accuracy sinkt, aber...